Hey Leute und willkommen zurück zu Devil May Cry 4. Wir haben im letzten Part ein bisschen im Wald gekämpft mit irgendeiner Schlange und haben jetzt die Sephiroth Frucht, wodurch wir Pflanzen, so rote Pflanzen töten können, was uns auf jeden Fall jetzt in den Orten, wo wir bisher waren, helfen wird weiter zu kommen. Kommt eine Cutscene. Nein. Vision 8. Glaubensbekenntnis. Folgen Sie dem Licht, um den Wald zu kommen. Ich bin jetzt schon aus dem Wald draußen. Ich mag den Wald. Ich finde, der sieht echt schön aus. Weiß nicht, so PS3-Grafik lässt so ein Wald echt schön aussehen. Weiß auch nicht. Komm, der sieht doch einfach schön aus. Was ist denn da oben? Warte, ich hab doch einen Double Jump. Aha! Jetzt, wenn wir den Double Jump haben, können wir auf jeden Fall in so welche Dinger leichter ran. Hier zum Beispiel. Ja, genau. Ja, okay. Hier waren wir auch schon mal. Das heißt, wir können noch wieder hier zurückgehen, oder? Oder müssen wir hier zurück? Nein, hier können wir gar nicht zurück. Nun gut, das erspart uns schon mal einiges. Dann können wir ja nur noch hier lang. Ah, ja. Hä? Ich hoffe, die kommen hier weg. Ich hoffe, die... Nee. Achso, ist ein Gegner aus Devil May Cry 1, oder? Ich erkenne auch dieses Schild. Überall, der. Boah! Sieht so brutal aus, ey. Aber ich mag es. Ich mag es. Komm. Möchtest du auch noch. Ja, danke, dass du hoch springst. Da, wo ich kann auch war. Beide Segel sind gebrochen und mich interessiert nur das Segel, was den Weg versperrt hat, wo ich lang muss. Und das ist offensichtlich nicht der Weg her, wo ich herkam. Finde ich gut, dass sie das markiert haben auf der Minimap unten. So, dass man sich nämlich nicht verirren kann. Nee. Wo war jetzt noch mal so eine Brand hier oben vielleicht? Da kommen wir doch niemals im Leben wieder hoch, oder? Doch, da kommen wir wieder hoch. Ach, dann kommen wir wieder an den... Ganz an den Anfang des Weides, also wo wir waren. Ja. War hier denn sowas? Oh. Hey, wie das ging. Okay, war schön. Hier ist auch wieder... ... eine scheinende blaue Kugel. Okay. Nee. Hier ist nicht sowas. Was ist denn das Grüne? Was ist denn das Grüne? Hm. Kommt noch gar nicht hoch. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's hier nicht sowas. Was mir dann aber wieder die Frage aufwirft, warum wir hier überhaupt zurückkehren. Ah. Da war auch was. Okay. Jetzt checken. Okay. Was. Wie ist denn da? Wie geht? Bei mir weg geht's, ich bin mir direkt hin. Boah, Smoken. Ich hab jetzt mal einen S-Rank. Vielleicht schaffen wir es irgendwann auf SS. Das ist natürlich auch richtig cool. Okay, dann müssen wir also hier lang. Verstehe. Oh Gott. Dies ist ein leiblicher Wald, aber wer ihn lieblos behandelt, wird von Dunkelheit umschlossen. Oh mein Gott, das sind die verlorenen Wälder. Aus Zelda. Ocarina of Time. Wo man richtigen Weg auswählen muss. Wer sich nicht nach Dunkelheit sehen, sollte nach dem Licht streben. Ansonsten sind alle Bemühungen vergebens. Es sind literally die verlorenen Wälder. Ich geh jetzt einfach mal mit der goldenen Mitte. Bin ich wieder am Anfang? Das war so klar. Rechts. Oh, Hilfe. Oder bin ich gar nicht am richtigen... Ich bin gar nicht am gleichen Ort. Doch, war ich. Ich hätt einfach nur an den Links gehen müssen. Okay. Naja, war's ja easy. Aber war eigentlich eine coole Idee. Ich mag sowas. Solange es nicht zu nervig ist. Hallo. Ich lachste dem Volk, ich kann nicht sagen, Mann. Nein. Oh. Wie geht das Rache? Hier. Jetzt reif halt den Typ. Die K-Fursie spielt noch. Und ich kann nicht rennen. Das heißt, hier ist noch irgendwo ein Gegner. Der Typ, der wo da unten noch lebt, oder was? Der Typ, der Typ. Oh, ich treffe ihn. Ist er tot? Ich habe ihn tatsächlich getötet. Den, wo ich darunter geschleudert habe, auch versehen. Nein, ist noch nicht. Oh. Oh, das heißt ja eigentlich, dass jetzt weiter was kommt. Das klingt eigentlich auch nicht so schwer. Das ist eigentlich nur der Angriff, wo ich das sowieso immer mache, nur in der Luft halt. Das wird ja auch nicht schwer sein. Das war's. Aha. Oh Gott, ohne Sprinten wäre das echt ein Arschlangerweg. Deswegen holt euch direkt am Anfang schon Sprint. Und wir sind bei der ersten Götterstatue schon. Also wenn ihr da genug habt, aber was wolltet ihr eigentlich? Jetzt schon. Okay. 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 Wir haben ja nie gesehen. Ja. Du bist doch Töten. Oh, da kann ich voll die geile Kombo raushauen. Oh, scheiße. Indem ich das hier und dann das hier mache. Alter. Geil. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, aua. Oh, ja, der ist ein E-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh yes, was ist das? Oh! 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 Not yet! Kirill. Nein, warte. Das ist nicht das, was du denkst. Warum? Warum hast du das gemacht? Es war unsere Intention für dich von der Wahrheit. Nero ist ein Dämon. Scheiße! Nero! Nicht zu Angst, ich habe keine Intention für sie schrecklich. Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber es scheint, dass deine Intention über die Freundschaft ist. Sie hat nichts zu tun damit. Lasst sie weg! Agnus! Was? Wie darfst du benutzen meine Freundin? Das ist meine Kampf. Und ich werde es enden. Let sie weg. Seine Heilung hat die Verteidigung gebeten. Und so hat sie gebeten, dass deine Freundin gebeten wird. Was? 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 Wenn du sie möchtest, dann komm und hol sie. Denn ich kann garanteen sie. Seine Heilung. Sie benutzt Kirill. Was? Wo ist sie? Wo ist sie? Back in die Handwerke? Ich würde so sagen. Nero, wir müssen diese Krieg erstellen. Bis ich herausfinden die Wahrheit. Bis ich herausfinden. Was? 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 Ein Schild. Ein Schild, der einst Credo gehörte. Wer ihn aufnimmt, findet eine neue Quelle der Kraft. Halten sie nach einem Buster weiter kreisgedrückt. Wenn sie einen Gegner nahezu sicher heranholen, können sie ihn als Schild gegen gegnerische Angriffe verwenden. Nur Gegner, die sie snatchen können, können als Schilde benutzt werden. Okay. Ich hab mir fast noch was gedacht. Ist das da unten Dante? Okay. Okay. So Leute, wie schlagen wir uns hier beim nächsten Mal bei Devil May Cry 4. Und schau, war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Bosskampf. Ich komm langsam rein in das Spiel. Also ich komm in das Spiel echt leichter rein als in andere Teile. Aber ja, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschau. So. Toll. So. 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 Vielen Dank.